Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge von Mach es einfach und Mach es einfach. In der heutigen Episode möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, eine Frage zu beantworten, die ich bekommen habe in einem Livestream von Lukas Thies. Ich habe vor kurzem einen Livestream gehabt mit Thaddeus Koroma und da haben wir die Lebensathleten und die Leute in seiner Crew eigentlich gefragt, was für Fragen sie an uns haben und da gab es super viele richtig interessante Fragen und deswegen nutze ich eine der Fragen jetzt als Inspiration für die heutige Episode. Und zwar, er hat mehrere Fragen gestellt, aber eine der Fragen war, was war der geilste Tag in eurem Leben, schreibt er jetzt hier, aber ich wandle das jetzt einfach mal in deinem Leben um. Was war der geilste Tag in deinem Leben und was war der einprägsamste Tag, der in dir eine extreme Veränderung herbeiführte? Und ich habe ganz kurz darüber nachgedacht und habe mir gedacht, also einen Tag rauszupicken oder ein Erlebnis ist sehr schwierig für mich, weil es gibt so viele Sachen, die für mich eine sehr große Bedeutung haben und sehr, wie soll ich sagen, sehr einprägsam waren. Allein schon in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, es gibt so viele Aha-Momente, die ich habe, so viele Momente mit Menschen, die ich schätze, die ich geteilt habe. Vor kurzem war mein Vater hier und wir haben eine sehr, sehr starke Verbindung wieder aufgebaut, die wir seit Jahren nicht hatten, weil wir nie wirklich sehr nah waren. Das war ein sehr einprägsamer Moment für mich. Ich habe vor zwei Jahren geheiratet, der Tag, an dem ich meine Frau kennengelernt habe. Ich habe, also es gibt sogar Tage, die jetzt nicht die schönsten waren in dem Moment selbst, aber der Tag, wo ich mich entschlossen habe, nach Dubai zu kommen, der Tag, wo ich mich entschlossen habe, mein erstes Business aufzugeben, die Partnerschaft zu trennen und mein eigenes Ding zu starten, obwohl es nicht wirklich in dem Moment sehr einfach war, war etwas, was mein Leben verändert hat. Und der geilste Tag in meinem Leben und einprägsamste Tag, weil ich das Gefühl hatte, so, jetzt mache ich wirklich das, was ich machen will. Jetzt bin ich wirklich frei, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es nicht leicht ist, es ist das, was ich machen will. Und deswegen gibt es für mich jetzt nicht direkt einen Moment, der einprägsam ist, aber ich wollte gerne einen Tipp sharen, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele Momente in unserem Leben vergehen und wir vergessen sie, wenn wir uns nicht eine Technik haben, um uns die in Erinnerung zu rufen. Und zwar gibt es eine Sache, die ich angefangen habe, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich das schon mache. Ich habe das damals, habe ich das nicht so regelmäßig gemacht, aber jetzt mache ich das fast jeden Tag und zwar habe ich eine Abendroutine und abends schreibe ich mir immer auf, was waren die Magic Moments vom Tag, was waren die schönsten Momente heute. Und das zwingt mich darüber nachzudenken, was die Momente waren und fokussiert auf das Positive, weil das Ding ist, wir sind sehr schnell dazu getrimmt, auf das Negative zu achten, auf die Sachen, die schlecht waren. Wenn 50 Leute dir ein Kompliment geben und eine Person kritisiert dich, hat teilweise diese Kritik von dieser einen Person mehr Gewicht für dich, wenn du dich darauf fokussierst, wenn du aber fokussierst auf die 50 positiven Menschen. Und sogar, wenn 50 Leute dich kritisieren, aber eine Person gibt dir ein Kompliment, kannst du das als Magic Moment rausholen. Und genauso ist es auch in unserem Alltag. Es kann super viel schief laufen, super viele Sachen passieren oder teilweise nur eine einzige Sache, die passiert, die deine Aufmerksamkeit zu sich zieht und dann bist du in einer schlechten Stimmung, in einer schlechten Laune und weil du darauf fokussierst. Und deswegen ist es eine super gute Übung, am Abend einfach drei Sachen aufzuschreiben. Ich mache jetzt nicht eine ewig lange Liste, ich schreibe aber drei Sachen, um mich zu zwingen, in diese Richtung zu denken. Wenn du jeden Tag dir die Frage stellst, was war schön heute? Was war ein interessanter Moment? Was war eine schöne Erinnerung, die ich an heute habe? Oder ein Moment, der besonders schön war? Dann trainierst du dein Gehirn, danach zu suchen. Und das wird eine Gewohnheit für dich, dir diese Frage zu stellen. Und am nächsten Morgen beginne ich meinen Tag, indem ich diese Sachen, die ich am Tag davor geschrieben habe, über den gestrigen Tag, mir nochmal durchlese. Denn es gibt mir wieder dieses positive Feeling und dieses positive Feedback vom Tag davor, weil ich bei mir gemerkt habe, dass ich sehr schnell Sachen vergesse. Ich vergesse, was letzte Woche passiert ist, ich vergesse, was vor einem Monat passiert ist und ganz besonders, was vor sechs Monaten oder vor einem Jahr passiert ist. Aber wenn ich mir diese Magic Moments aufschreibe, dann habe ich zum Beispiel am Ende des Monats oder teilweise sogar am Ende des Jahres, ich mache das immer in Evernote, deswegen habe ich so ein Hashtag Magic Moments und ich schreibe mir die auf und habe eine Liste von allen verschiedenen Magic Moments. Und am Ende des Jahres gehe ich einfach mal so durch und gucke mal, was ist dieses Jahr eigentlich alles passiert? Und ich habe wie so eine Art Tagebuch von den schönsten Momenten, den schönsten Situationen in meinem Leben. Es kann etwas Großes sein, es kann etwas Kleines sein, aber es ist einfach aufgeschrieben und es ist eine Erinnerung daran, wie schön mein Leben eigentlich ist und wie schön die Momente in diesem Leben sind. Und nicht nur das große Endziel und nicht nur, wenn man sein Ziel erreicht hat, sondern die ganzen kleinen Zwischensteps und die ganzen kleinen Momente, die den Weg so interessant machen, die den Weg so schön machen, mit den Menschen, die man teilt, da wo man ist und in diesen Situationen. Von daher, ich habe sehr viele einprägsame Momente. Ich kann nicht einen einzigen rauspicken, denn jeder ist in seiner eigenen Art einzigartig. Und wenn du dich mal die Frage stellst, was ist heute passiert, was richtig schön war? Oder wenn es am Anfang des Tages ist, was ist gestern passiert, was richtig schön war? Wenn es etwas gibt, es gibt immer etwas Positives, immer etwas Positives. Wenn du sagst, nichts ist schön, alles ist scheiße in meinem Leben, dann hast du gelernt, immer nur auf das Negative zu achten. Ich sage immer, das Rote im Leben, anstatt auf das Grüne. Die Stoppschilder, die roten Ampeln, anstatt die grünen zu sehen. Und wenn man anfängt, auf das Schöne zu achten, dann sieht man immer mehr davon. Und das ist wirklich eine Denkensart. Man kann vielleicht denken, manche Leute sind positiv, manche sind negativ. Manche sind Optimisten, manche sind Pessimisten. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass die Menschen, die positiv sind, sich bestimmte Fragen stellen. Und eine von diesen Fragen ist, was ist schön an diesem Moment? Das ist noch eine andere Episode, die ich machen werde, über die Fragen, die man sich selbst stellt und wie sie unsere Gedanken lenken. Aber das ist ein Tipp, den ich habe. Das ist etwas, was ich jeden Tag mache. An manchen Tagen komme ich nicht dazu. Aber ich würde sagen, zu 95% der Zeit mache ich das. Und es hilft mir sehr, unterbewusst. Das ist etwas, wo du jetzt nicht merkst. Ich merke jedes Mal wieder, wow, es ist so viel passiert heute. Aber wenn ich mir 5 Minuten oder 2 Minuten sogar, wenn ich mich nur hinsetze und überlege, was war schön heute? Was sind 3 Sachen, die wirklich schön waren, die ich jetzt aufschreiben kann? Manchmal fallen mir sogar 10 Sachen ein. Und dann merke ich so, wow, ich hätte die komplett wieder vergessen. Aber nur, dass ich mir diese Frage stelle, merke ich so, okay, jetzt kann ich wieder mit positiver Energie schlafen gehen. Und wenn ich aufwache, bevor ich jetzt hier meine E-Mails aufmache und wieder bombardiert werde von dem Alltag und alles, was passiert und alles, was von mir noch erwartet wird, erinnere ich mich an die schönen Sachen von gestern und starte den Tag positiv. Also, ich hoffe, diese heutige Episode hat dir gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwelchen Input hast, schreib mir bitte auf Facebook, da kann ich das sehen. Oder wenn du mir ein Review da lässt, kannst du auch gerne deine Frage da reinschreiben. und ich werde mir immer angucken, was du für Fragen stellst, was ihr mir für Fragen stellt und gucken, dass ich sie ab und zu dann auch in diesen Episoden beantworte. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald. Peace out. 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 Peace out.